Warum ist Online-Business-Aufbau so hart und frustrierend? Und was unterscheidet diejenigen, die einfach so nur dahin plätschern und keinen Erfolg haben, die das Handtuch schmeißen von denjenigen, die danach einen sensationellen Lifestyle leben und das Hamsterrad verlassen? Und das soll eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein für dich, wie du dein eigenes Business starten kannst, online vor allem. Denn der Unterschied hier mal kurz verraten ist das Geschäftsmodell. Wir haben ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle da draußen und jeder sagt natürlich, dass sein Geschäftsmodell das Beste ist. Ich natürlich auch. Jeder hat auch seine guten Gründe dafür. Ich natürlich auch. Aber wenn es darum geht, sich eine eigene Agentur aufzubauen, dann kommst du an Weeble Brands, an Nick Geringer, kommst du einfach nicht vorbei. Weil wir haben über 1000 Agenturen ausgebildet, wir haben extrem viele erfolgreiche Menschen und natürlich auch auf dem Weg Menschen gehabt, die es nicht geschafft haben. Und dabei habe ich natürlich noch viel, viel mehr Menschen kennengelernt, die es mit anderen Geschäftsmodellen zu gar nichts gebracht haben. Denn diese sind von Anfang an vor allem für die meisten Anfänger zum Scheitern verurteilt. Du hast das Thema E-Commerce zum Beispiel, Amazon FBA, Dropshipping oder generell seinen eigenen Online-Shop starten da draußen, was groß gehypt wird. Und wenn Freunde von mir das jetzt hier sehen, die in diesem Thema unterwegs sind, Jungs, ich mag euch, ihr habt ein geiles Geschäftsmodell, alles super, versteht es richtig. Aber der durchschnittliche Mensch, der jetzt sein Geschäft starten möchte, der mit seinen 2000 Euro nach Hause geht durch sein Angestelltenverhältnis, der hat nicht das nötige Kapital, um sich jetzt ein Amazon-Warenlager aufzubauen. Der hat auch nicht das nötige Kapital, um jetzt in einen fetten Shopify-Store irgendwo aufzubauen, eine neue Brand-Identity da draußen zu bauen, sich mit Lieferanten rumzuschlagen und, und, und. Das sind alles sehr kapitalintensive Themen vorneweg. Vor allem nachher auch, dass du Werbung schalten musst, um Menschen dazu zu bringen, bei dir zu kaufen. Nachher auch bei Amazon Werbung zu schalten zum Beispiel, um Leute dazu zu bringen, nachher in deinem Shop ordentlich und intensiv einzukaufen. Dieses Geschäftsmodell ist nichts für Anfänger, weil es einfach viel zu kostenintensiv ist, für die zu beginnen. Und das ist das Grundproblem. Also das Geschäftsmodell ist das, was die meisten zum Scheitern bringt, weil sie nicht die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringen. Gleichzeitig wirft es auch nur kleine Margen ab. Die meisten machen 10, 20 Prozent, 30 höchstens, wenn überhaupt, mit ihren Online-Stores an Marge und das vor Steuern. Das heißt also, wenn die 10.000 Euro Umsatz machen, dann bleiben denen 3.000 Euro hängen. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist halt nicht die Welt. Das bedeutet also, Online-Shops zu bauen, Amazon FBA zu machen, Dropshipping oder ähnliches zu betreiben, ist super kostenintensiv, braucht viel Erfahrung, hat viel Konkurrenz, hat geringe Margen und lohnt sich für die wenigsten da draußen. Ist auch nicht langfristig, weil du ständig immer wieder neue Produkte zusammensuchen musst, die du irgendwo finden musst, was ich gerade verkaufe, was ich nicht verkaufe. Und das kann ich dir sagen, weil ich einfach einen Haufen Freunde habe, die genau dieses Geschäftsmodell seit Jahren betreiben. Die haben mal einen Winner, der geht voll durch die Decke, dann läuft das mal 2, 3, 6 Monate gut und danach ist wieder zappenduster und bei den meisten ist das meistens schon nach einem Monat wieder Schicht im Schacht. So, also, lass dich nicht auf diese Geschäftsmodelle ein, was E-Commerce, Amazon FBA, Dropshipping oder ähnliches angeht. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wollen wir gar nicht zu tief drauf eingehen. Du kannst irgendwo im Vertrieb starten, Network machen und du kannst zum Beispiel auch hingehen und kannst zum Closer werden oder ähnliches. Und das sind Sachen, sage ich, okay, befürworte ich, weil du musst kaum Geld in die Hand nehmen. Also, du musst eigentlich gar kein Geld in die Hand nehmen, wenn du jetzt Closer oder Vertriebler irgendwo werden möchtest. Klar, hin und wieder mal vielleicht ein bisschen Ausbildungskosten oder ähnliches. Vielleicht musst du auch mal das ein oder andere Produkt kaufen, aber es ist nicht so kostenintensiv wie die anderen ganzen Themen. Und da kannst du dann schön entspannt deine Provisionen verdienen gehen und dir auch gegebenenfalls einen Kundenstamm aufbauen. Schau mal, ganz cool. Aber auch sehr hart, da geht es auch um wenig Geld, bleibt nicht viel für dich übrig, du machst das wieder für jemand anderen. Deshalb ist seine eigene Agentur aufbauen das absolut beste Geschäftsmodell überhaupt. Denn du kannst 1.500 bis 4.000 Euro und auch deutlich mehr pro Kunde pro Monat verdienen. Du hast deine Kunden langfristig, weil sie diese Leistung permanent brauchen. Sie suchen dauernd Mitarbeiter oder sie suchen dauernd Kunden. Sie zahlen auch dafür einfach sehr gut, weil es eine Leistung ist, die ihnen neues Geld einbringt und die deutlich günstiger ist als andere Werbemaßnahmen oder ähnliches. Du musst nicht Werbung schalten, um einen Agenturkunden zu gewinnen. Du kannst einfach nur in deinem Umfeld schauen, wer ist denn selbstständig, wer braucht etwas. Du kannst es dir auch einfach machen und kannst die Zeitung aufmachen und kannst gucken, wo sind hier gerade Stellenanzeigen und kannst dort anrufen und kannst sagen, hey, ich habe gesehen, dass ihr Mitarbeiter sucht, ihr habt eine Stellenanzeige drin. Ich kenne einen Weg, wie ihr an eure Mitarbeiter kommt und zwar mit Facebook-Werbung, YouTube-Werbung, Instagram-Werbung. Und das ist so das Simpelste überhaupt, was du machen kannst. Du kannst auf Stepstone gehen, du kannst auf Indeed gehen, du kannst auf andere Plattformen gehen. Und alle, die dort Stellenausschreibungen machen, kannst du einfach anrufen und kannst sagen, hey, ich habe einen Weg, wie ihr neue Mitarbeiter gewinnen könnt und zwar über Facebook-Werbung. Ich kann die für euch schalten, ich weiß ganz genau, wie das geht. Mal als einfaches Beispiel. Das Gleiche kannst du auch machen, wenn es dann um das Thema Lead-Generierung geht, dass du einfach in ein Geschäft reinläufst oder dort einfach anrufst und sagst, hey, ich habe gesehen, ihr schaltet noch keine Werbung. Ich habe gesehen, dass ihr ein cooles Produkt habt. Ich habe gesehen, dass ihr aber noch keine Google Analytics drauf habt oder keinen Facebook-Pixel drauf habt oder dass ihr wenig postet oder dass gar keine Werbung läuft. Warum macht ihr es noch nicht? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann euch helfen. Ich kann für euch Lead-Scanner gehen. Ich kann für euch Kunden finden. Also ganz simple und einfache Sachen sind das, die dich ausschließlich deine Zeit kosten. Mehr nicht. Und das Einzige, was du draufhaben musst, ist halt zu wissen, wie du die Werbung nachher schaltest und wie du nachher Landing-Pages baust. Boom, basta, durch ist das Ding. Und wenn du erfolgreich bist, dann für deinen Kunden, also wenn du Mitarbeiter für den gewonnen hast oder wenn du Kunden für ihn gewonnen hast oder Leads generierst, also Kontaktadressen, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er daraus mehr Geld verdient hat, als er dir gezahlt hat und in Werbung investiert hat, dass er dich weiter beschäftigt? Na, sehr hoch. Der wird dich natürlich weiter beschäftigen und dann nicht nur in dem einen Monat die 1,5 zahlen, sondern im Nächsten und 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 im Nächsten. Genau so geht es nachher weiter. Und das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Und das Geile ist dann nachher, die ganzen Unternehmer kennen andere Unternehmer. Die empfehlen dich nachher weiter. Du kriegst nachher auf einmal Kunden aus Empfehlungen, die schreiben dich an und sagen, hey, kannst du das auch für mich machen? Dann hast du auf einmal Referenzen. Dann kannst du mit deinen Referenzen rausgehen und kannst zu Autowerkstätten, zu Fitnessstudios, zu Kosmetikstudios, zu egal wem gehen und kannst sagen, schau mal, ich habe das schon für ein anderes Kosmetikstudio gemacht. Ich habe das schon für eine andere Autowerkstatt gemacht. Ich kann das gleiche Ergebnis auch für dich liefern. Hast du Lust darauf? Und so baust du dir deinen Kundenstamm auf und du hast dein Laptop, schaltest dort die Werbung für andere. Die bezahlen die Werbung auch logischerweise und die bezahlen dich dafür, dass du sie schaltest. Du hast keine Kosten, die auf dich zukommen in irgendeiner Form und eine Dienstleistung, von der der Kunde nachher abhängig ist, dass du sie erbringst, weshalb er dich Monat für Monat dafür bezahlt und du auch noch Spaß an der ganzen Geschichte hast. Du musst kein riesen Warenlager irgendwo aufbauen. Du bist nicht abhängig von Amazon nachher hinten raus. Du musst nicht irgendeinen Online-Shop für tausende Euros bauen und noch tausende Euros in Werbung rausknallen, bis überhaupt jemand kauft, um zu wissen, ob es klappt oder nicht klappt. Du musst nicht alle sechs Monate dein Produkt verändern, weil du aus irgendeinem Grund es nicht mehr funktioniert und kein Mensch das kaufen möchte oder es sich einfach nicht mehr lohnt. Nein, ein und dasselbe Geschäftsmodell ziehst du durch über Jahre hinweg. Damit baust du dir was auf. Und deshalb ist es für mich das sicherste, ertragreichste und beste Geschäftsmodell überhaupt, was je existiert hat, was jeder Anfänger, der 18 ist, egal welche Sprache du sprichst, wo du herkommst, was du machst oder sonstige Vorerfahrungen du mitbringst, sofort damit loslegen kann, sein eigenes Ding zu machen und einen tollen Lifestyle zu leben. Wähle weise das richtige Geschäftsmodell und dann kannst du damit auch große Erfolge haben. Wenn du das Video bis hierhin gesehen hast, dann klick jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviere die Glocke einmal und schreib in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich freue mich darauf, dir mehr coolen Content zu bringen zum Thema, wie du mit deiner eigenen Agentur dein eigenes geiles Leben kreieren kannst, um den Lebensstil zu führen, wie du ihn dir vorstellst oder der vielleicht noch in deinen Träumen schlummert. In diesem Sinne, verpasst keine neuen Videos und klick unten drauf, abonnier. Dein Nick, bis dann, ciao.